yo leute was geht ab ja das ist mal nur so ein kurzes was soll ich sagen status video wie es momentan aussieht und zwar habe ich ein kleines problem sage ich mal so ihr habt ja schon gemerkt dass jetzt schon seit einer weile keine videos mehr kommen jetzt so zwei drei wochen oder so weiß ich jetzt nicht genau und ja gut das hat jetzt erstmal damit zu tun dass meine kollegen mit denen ich ja monzander aufgenommen habe nicht da waren also klar kann man das nicht mehr weiter aufnehmen wenn die nicht da sind und zum anderen weiß nicht weil ich selber so auf bayonetta gerade gar nicht so lust hatte ich weiß nicht woran das lag eigentlich wollte ich das game ja so dringend haben aber dann hatte ich irgendwie dann doch mehr bock auf was anderes habe also erstmal wieder was anderes gespielt ja und jetzt sag ich mal ist was anderes passiert und zwar habe ich meinen controller zerdeppert der ja benutzt wurde um so ziemlich alles zu spielen was ich aufnehme was heißt so ziemlich ich nehme so ziemlich wirklich das ist ziemlich eigentlich so gut wie jedes spiel was ich let's play auch mit dem controller und ja da der jetzt nur kaputt ist kann ich die spiele nicht mehr spielen das heißt also monzander kann ich nicht mehr spielen bei netta nicht mehr und auch sämtliche andere spiele die ich vor hatte zu let's playen werden erstmal nicht mehr spielbar sein weil mit tastatur nein kein fall das mache ich nicht und ja bis ich halt einen neuen controller habe wird der kanal jetzt sage ich mal pausiert das kann sich zwei drei monate hinziehen ich weiß nicht wie lange das dauert bis ich mir einen neuen leisten kann ich muss mal gucken ja also ne stellt euch darauf ein dass jetzt mal eine lange zeit keine videos mehr kommen werden das tut mir leid zwar aber ich kann es jetzt nicht ändern ja was soll ich sagen das pisst mich selber ziemlich an dass er jetzt im arsch ist weil ich jetzt ziemlich viele spiele nicht mehr zocken kann gut ich bin selber schuld ich meine wenn man ein single player spiel spielt sowas wie zum beispiel mario kart und man dann ausrastet weil man halt mal nicht gewonnen hat und man seinen controller dann durch die gegend schmeißt das ist wohl klar dass er irgendwann kaputt geht man ich habe es mir selber zuzuschreiben wenn ich so ein vollidiot bin und so ausraste wie so eine kleine bitch was ich nun mal oft mache weiß ich nicht einfach so in meiner natur ich raste halt oft aus und wegen jedem kleinsten scheiß und so und das geht mir selber tierisch auf den sack aber gut ne dann lasse ich meine aggression doch manchmal an irgendwelchen sachen aus die mir dann doch schon lieb und teuer sind gut damals habe ich das oft gemacht das hat sich dann wieder gelindert aber irgendwie mittlerweile fängt das wieder an und ich weiß auch nicht ja gut ist meine eigene schuld kann man die ändern und ja jetzt ist halt kaputt ich brauche neun und ja bis dahin wird erstmal jetzt nichts mehr kommen ich weiß es ist ein ziemlich beschissener grund und ja aber gut ich kann es gerade nicht ändern von daher hoffe ich mal dass alles okay ist und dass ihr das versteht und dass mal andere youtuber guckt und so und irgendwann kommt dann bei mir immer wieder was ich nur in kontrolle habe und gelernt habe man nicht mehr so rumzubitschen wie so eine kleine bitch halt es kotzt mich halt echt an und ich bin noch tierisch sauer gerade einfach dass es einfach passiert ist naja gut das war es eigentlich schon was ich sagen wollte dann bis irgendwann mal bis es wieder geht ciao